Wir sind in der siebten Klasse und wir unterhalten uns heute über Optik, über Linsen, Lupen, tralala, über die Grundlagen, damit wir in der Lage sind, ein Fernrohr zu bauen, was hundertfach vergrößert. Bloß mal ein Vergleich, das muss man wohl nicht machen, man kann jedem Menschen eine Zeitung hinhalten, wenn er nicht gar eine ganz starke Brille braucht und er kann aus einem Meter locker Zeitung lesen. Mit so einem Fernrohr, was man mit ganz billigen Mitteln selber bauen kann, ganz einfach bauen kann, kann man aus 100 Meter Zeitung legen, ganz locker, das geht. Muss ich nicht bloß versprechen, sondern es ist so. Den Versuch haben wir schon zigmal mit anderen Schülern gemacht, geht auch hier. Woran liegt es? Was sind Linsen? Weshalb heißen die Linsen?